Ich habe doch eben noch fünf Karten gehabt. Ach, ich habe eine fallen lassen. Hey, was sagt ihr dazu? Die habe ich noch gebraucht. Jetzt bin ich wieder fein raus. Die ganze Familie ist einträchtig beieinander. Da habe ich wieder mal einen Pott gewonnen. Oh, der ist ja wundervoll. Ja, sehr hübsch.